Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Open House bei Deckelmau in Fronten. Wir zeigen im Rahmen des Tages der Ausbildung spannende technische und kaufmännische Berufsausbildungen, vor allem den Mechatroniker, den Industriemechaniker und den Elektroniker für Automatisierungstechnik. Es gibt jede Menge Mitmarschstationen, bei denen die jungen Menschen sich einen Einblick verschaffen können in unsere spannenden Themen. Hier können alle sich ausprobieren und erleben, was es heißt, im spannenden Berufsfeld des Maschinenbaus ausgebildet zu werden.